Eins, zwei, drei Runden schafft der Roboter von Enrico und Taylor schon. Die beiden und 18 weitere Jungs arbeiten konzentriert an ihren Robotern, um den neuesten Befehl zu präzisieren. Spielerisch werden im Robotics-Sommercamp zeitgemäße Informatikthemen behandelt. Von Interaktion und Kommunikation unter Mobilgeräten bis hin zur Anwendung von Bluetooth-Technologien. Das sind eigentlich nur Lego-Teile, wenn man es so richtig zusammensetzt. Es gibt spezielle Motoren dafür, die Form von Legos, die man da befestigen kann. Da bringt man die Räder an und man kann die dann über Kabel. Die werden dann mit dem Hirn von dem ganzen Roboter verbunden. In Zweiergrüppchen stellen sich die Jungen zwischen 10 und 14 Jahren den technischen Herausforderungen. Wenn mal etwas nicht klappt, sind die Profis gleich zur Stelle. Informatikstudenten der Hochschule Darmstadt agieren als Betreuer und Berater für die jungen Tüftler. Selbst wenn auch diese nicht auf alle Fragen gleich die richtige Antwort parat haben. Die Kinder fragen Dinge, auf die wir im Vorfeld gar nicht gekommen wären. Dass sie so detailliert fragen und uns einfach mit ihren Fragen löchern. Die wollen es bis ins kleinste Detail wissen, wo wir dann manchmal auch überfragt sind. Sie sind sehr euphorisch dabei, können es kaum abwarten, die Roboter in die Hand zu nehmen und loszulegen. Und die Freude dann, wenn der Roboter das macht, was er programmiert hat, das ist eigentlich schönste, wenn sie dann das Funkeln in den Augen haben. Am Ende des Camps werden die Kinder stolz, die programmierten Legoroboter ihren Eltern vorführen. Die Herausforderung ist, dass die Programmierungen immer schwieriger werden. Ob aus den Schülern tatsächlich mal die Informatiker von morgen werden, ist noch offen. Eins steht auf jeden Fall fest. Wie man sieht, macht das Camp dem Nachwuchs viel Spaß. Wie man sieht, macht das Camps.